13. Mai 1717. Die Glocken des Stephansdoms in Wien verkünden, dass in der Hofburg das Kaiserpaar eine Tochter bekommen hat. Die Habsburger sind eine der ältesten und mächtigsten Dynastien in Europa. Seit über 300 Jahren stellen sie den Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches, die höchste politische Würde des Abendlandes. Sie sind Schutzherren der katholischen Kirche und sehen sich als Verteidiger der Christenheit. Eine stolze Tradition, aber auch eine schwere Bürde für die Herrscherfamilie. Macht und Wissen in barocker Pracht. Im Prunksaal seiner Hofbibliothek steht Karl VI., Maria Theresias Vater, als römischer Imperator. In der Hofburg erhält seine älteste Tochter, genannt Resel, eine standesgemäße Erziehung. Es zeichnet sich früh ab, dass die junge Frau weiß, was sie will. Maria Theresia hatte extreme Willensstärke, extreme Entschlusskraft, extremes Selbstvertrauen, aber auch sehr, sehr großes Gottvertrauen. Denn die katholische Erziehung steht immer an erster Stelle. Daneben erhält sie Mathematik- und Geografieunterricht, lernt Sprachen, Latein, Französisch und Italienisch. Geschichtslehrer erläutern ihr gute und schlechte Regenten, aber auch die ruhmreiche Geschichte des Hauses Habsburg. Als Tonerbin ist die junge Frau bald die begehrteste Partie Europas. Sie heiratet später Franz Stephan von Lothringen. Die Ehe wird arrangiert, aus politischen Gründen. Es war für diese Zeit vollkommen selbstverständlich, dass man nicht aus Liebe heiratete. Im Gegenteil, Liebe erschien als ganz falsche Voraussetzung für eine Ehe. Da konnte das nur schiefgehen. Sondern man heiratete aus Vernunftgründen, aus politischen, strategischen Erwägungen. Trotzdem verbindet das Paar eine tiefe Zuneigung. Ungewöhnlich für diese Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017